So meine Lieben, gut aufpassen, wir haben eine ganz wichtige Ankündigung zu machen und zwar findet vom 16. bis zum 18. Oktober die Messe Hund und Pferd in den Dortmunder Westfalenhallen statt. Wie ihr euch denken könnt, ist es eben für Hunde und Pferdeliebhaber einiges geboten. Also es gibt viele verschiedene Showeinlagen, ihr könnt so unendlich viele Hunderassen betrachten und Informationen einsammeln und natürlich auch eure eigenen Hunde mitbringen. Die Voraussetzung ist eben, dass die gegen Tollboot geimpft sind, aber ansonsten sind ihr auf jeden Fall sehr herzlich willkommen. Natürlich gibt es auch ganz viele Mitmach-Aktionen für euch und eure Hunde und wir von GAS-DTV haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, da auch mitzumachen. Hinter mir findet der Mischlings-Hunde-Wettbewerb statt, wo sich jeder Mann für anmelden kann. Ich habe hier neben mir auch den richtigen Kampfhund stehen. Ich bin mal so frech und komme auf sie zu. Warum melden Sie sich denn beim Hundemischlings-Wettbewerb an? Einfach aus Spaß, einer Freude mit dem Tier. Und schon mal mitgemacht? Nein. Aufgeregt? Ja, mal gucken wie sie sich macht, sie ist ja erst acht Monate alt. Und was muss man da so für Übungen machen mit dem Hund? Sitz, Platz, durch den Tunnel gehen, eventuell durch den Ball. Es gibt alles, was das Shopping-Herz begehrt. Also Outdoor-Bekleidung, schöne Accessoires für eure Hunde, alles Mögliche. Also auf jeden Fall für jeden was dabei. Wer möchte, kann sich auch ein paar Show-Einlagen anschauen. Also da haben sich die Veranstalter auch einiges einfallen lassen, dass es auf jeden Fall abwechslungsreich wird. Es wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen, also ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und je nachdem, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal zum Stand kommen und wir machen zum Beispiel ein Tierporträt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, euch zu sehen und es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist jetzt der zehnte Geburtstag von diesem Event, also war schon sehr erfolgreich bisher. Und es ist wirklich das größte Event der Art, also darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Und um euch das Ganze noch etwas schmackhafter zu machen, haben wir uns überlegt, dass wir noch ein paar Eintrittskarten verlosen. Und zwar zehn mal zwei Stück. Das einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, dass ihr bis zum 30. September eine Mail an uns schreibt, einfach mit dem Stichwort Hund und Pferd und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und ich würde mich sehr, sehr freuen, euch dann im Oktober wiederzusehen. Bis dahin, eure Lara. Dann euch auf jeden Fall da Garden lau, Functor doctrinal. Wir schauen am einenchenne nominalコ знаю, hier oben mit der Daumen hoch in Meinung nach und bei einer weiteren Aus 102-2018. Bis jetzt nur auf jeden Fall da EU. Schwestern pro machen. Vielen Dank.